Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. An diesem nicht so schönen Tag ist es irgendwie absolut bewölkt und Sonne nicht vorhanden, aber ich würde sagen, wir cruisen wieder ein bisschen durch die City und haben Spaß dabei. Oh Leute, diese sequenzielle Getriebe. Bruder, fast vom Bus zerquetscht worden. Digga, ist die Ampel für mich. Oder ich blicke hier nicht durch bei dem Prinzip, Alter. Ich glaube eher nicht, dann würde ich jetzt zerquetscht werden, Digga. Ich mache jetzt eine extra Runde im Kreisverkehr. Maschala, Bruder, der Profi-Rennfahrer. Was soll ich noch mit zwei Augen, Bruder? BAM! Leute, es ist einfach so kalt momentan. Also, Digga, jeder rennt hier mit langer Jacke rum, aber was ich halt auch nachvollziehen kann, weil es halt einfach, oh, ich kalt draußen ist. Letzte Woche Sommer, diese Woche Winter, Digga. Perfekt. Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze. SPD. Ja, stimmt, Leute, weil es sind ja irgendwie wieder solche Wahlen oder so, ne? Oha, einfach schon wieder ein Hase. Leute, ich hatte ja jetzt die Tausender-Inspektion, also für euch ist es jetzt schon ein Monat her, aber ich hatte sie auf jeden Fall am 28.08. Und, ähm, als ich da hingefahren bin, Digga, es hat einfach geregnet, Junge. Wir haben einfach das Motorrad komplett umsonst gewaschen. Es ist einfach... Es ist... Ach, Quall, nee. Man! Zukunft passiert nicht. Wir machen sie. Bereit, weil ihr es seid. Äh, die Grünen. Klassen... Was steht da? Kass, Digga. Konsequent fürs Klima. Oh, no, 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 no! Och, Digga, komm, also... Ich lerne es halt auch nie... Ich lerne es einfach nie, Digga. Im letzten Video, ich habe es auf die Reihe bekommen. In diesem Video, ich fahre wieder drüber! Ich reg mich einfach nicht mehr drüber auf. Das hat einfach keinen Zweck. Leute, wir sind sozial geworden. Wir werden heute keinen Soundcheck machen. Wir haben die letzten Videos immer einen Soundcheck gemacht, aber... Nee, so langsam reicht's, wisst ihr? Der musste sein. Das ist einfach... Ach, Mann, Leute. Der Soundcheck ist einfach zu schön, um damit aufzuhören. Meine Augen tränen. Besser. Leute, wir fahren heute in ein neues Gebiet. Damit ihr einfach mal was anderes seht. Wisst ihr, wie ich meine? Weil auf Dauer wird es doch langweilig. Wir fahren immer die gleiche Route, gefühlt. Und deswegen fahren wir jetzt in ein Gebiet, was ich neu erkunde. Leute, ich habe mir heute extra einfach ein Halstuch angezogen, was ich normal für Motorblocks nie anziehe. Aber jetzt weiß ich, warum ich es getan habe. Oh, nee, deine Jacke fliegt weg. Digga, hier ist 80 und nicht 70. Fahrt schneller! Leute, ich kenne mich halt hier überhaupt gar nicht aus, ne? Aber eigentlich voll schön hier. Ich habe zwar keine Ahnung, wo ich bin, aber wir erkunden neue Länder. Oha, hier ist sogar die Sonne. Oh mein Gott, Digga. Ah, ist es schön warm. Ist ja eigentlich immer noch eine 30er Zone, und ich glaube, ja. Ich glaube einfach, die ganze Stadt ist eine 30er Zone. Ich glaube, was ist das für ein Bullshit? Ich bin in einer Sackgasse, Junge. Ah, doch nicht. Ich glaube, ich bin hart in einer Sackgasse, Digga. Ich drehe einfach hier um. Pizzeria, Pizza Taxi, Dönerkeba, Pizza Haus, Nudeln, Salate. Ah, dort vor mir sehen sie eine wunderschöne Kirche. Leute, soll ich daraus ein Format machen? Ich glaube, ich mache daraus ein Format. Einfach, ich nenne es nie wie am Erkunden oder so. Und dann fahre ich einfach in Städte, die ich überhaupt gar nicht kenne, oder die ich halt vielleicht kenne, aber wo ich jetzt halt, keine Ahnung, einfach, man, ich brauche doch einfach Videoideen. Krankenwagen. 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 Das Bulli-Festival, Digga. Leute, ich habe einen Plan. Ich würde sagen, wir fahren zum Bulli-Festival. Das klingt nach einem Plan, oder? Finde ich auch. So, Leute. Ich würde sagen, wir fahren jetzt noch einmal da durch. Also, nochmal zurück halt. Dann könnt ihr euch ein paar Eindrücke sammeln. Und dann würde ich sagen, zählt diese Stadt als erfolgreich, ähm, erfolgreich angeschaut, äh, erkundet, wie auch immer. Direkt in den Kalender schreiben. Ich fahre vom 2. bis 5. September ist da das Bulli-Festival, da muss ich hin, Alter. Ich hatte zwar keine Ahnung, wo ich mein Motorrad park, aber das wird man dann schon alles sehen. Und jetzt bin ich ruhig und ihr genießt diese wunderschöne Stadt. und ihr genießt diese Stadt. Aber gut, Leute. Hiermit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. 0 auf 600, Digga! Hoh! Bye! Bis zum nächsten Mal.